hi liebe youtuber bin hier unterwegs mit thomas und ich wollte ein bisschen aufnehmen wie die hunde rennen da ich das letzte video löschen musste was eigentlich ziemlich gut ankam kommt red mal ein bisschen ja es lag aber nicht an youtube was ich das löschen musste daran dass ich ein paar beschwerden bekommen aus der bekannten kreis aber halb so schlimm ein video für hunderte die ich habe ist okay tuts wirst du denn da auf dabei zu fressen ja mit dir kommt da und auf wen die sieht das aus ob der kilometer weit weg wäre nun nun und nun hundeknast ist kein hundeknast drehen jetzt eine kleine runde zu den absoluten pseudopilzen so das sind die pseudopilze die er meint das ist doch was wieder für was ist das packe ich mal in die kategorie mit rein ja ihr wisst was das hier für bunte pilze sind die hier wachsen zauberpilze 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 dann schreibt da doch einfach mal in die kommentare rein gib den versuch nicht auf dass irgendjemand was weiß von meinen leuten bisher habe ich noch keine kommentare zu irgendwas bekommen ja wir sind hier mitten im wald der baum ist auf jeden fall umgekippt und da wachsen so welche pilze drauf ne weiß nicht ich würde die ja jetzt nicht essen die sehen nicht essbar aus also ich will mich damit nicht vergiften also menschenleer ist da ja das gebiet nicht ne man sieht hier ist auch wieder Müll ne da sieht man den Rest im baum da sieht man richtig dass der ausgewurzelt wurde ja und hier ist so einfach mal der komplette wald wo ist der kollege hin der ist schon abgehauen schön ja ok ich hoffe euch hat das video gefallen dann bis zum nächsten mal und nicht äh und vergisst nicht zu kommentieren ich hab dir gerade 10 sekunden deiner lebenszeit geraubt hey corona wir haben keinen bock mehr corona ciao corona ciao corona ciao 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 wenn ihr mehr videos von mir sehen wollt könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren danke fürs zuschauen und dann bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal